Hallo aus Antalya, Bluma-Freunde. Bluma on Tour für euch unterwegs. Wir sind heute bei Kubi-Kaffee, das sehen wir da oben, Kubi-Nargile, das ist ein riesen Geländer. Also wenn ihr mal in Antalya seid und wisst nicht, wo ihr Shisha rauchen sollt, beste Adresse in Antalya, Kubi-Nargile oder Kubi-Kaffee, über ein riesiges Gelände, wenn ihr da links schauen tut, das könnt ihr dann sehen, schau mal kurz darüber, Dennis. Im Sommer ist es pop popol hier, beste Shisha war in Antalya, ich kann es nur weiterempfehlen, Bluma on Tour für euch unterwegs in Antalya, Kubi-Nargile besuchen, das ist der Nico, der Besitzer, super netter Kerl ist es. Ich wünsche euch viel Spaß weiterhin in der Bluma und viel Spaß wenn ihr in Antalya seid, hier bei Kubi. Wir können in die Küche reinschauen. Willkommen bei Kubi. Wunderbar! Schöne ви, Schöne вы, Schöne ви, Schöne ви! K佩le! Untertitelung des ZDF, 2020